Das nächste Stück ist mit Tanz und heißt Pfauentanz. Dieser aus Westjabat, Jandtanz, wurde von den Bewegungen eines Pfaus inspiriert. Er erinnert uns an die Schönheit der Natur und ruft auch auf, die Natur zu schützen. Danach spielen wir Zappingulung und dieses Lied ist ein trauriges. Und zwar ist es eine Mutter, die auf ihren Sohn wartet, der noch im Krieg für das Land kämpft, um das Land zu verteidigen. Und zwar ist es ein trauriges. 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 Musik 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 Musik